Hören macht die Welt vielfältiger und ist besonders für mich als Musiker unverzichtbar. Aber irgendwann wurde meine Welt still. Ein Gespräch brachte neue Hoffnung. Innovative Hörimplantate sollten mir die Musik zurückbringen. Es war die beste Entscheidung, die ich jemals getroffen habe. Heute erlebe ich Konzerte mit allen Sinnen. Musik Musik Meine Welt ist voller Musik. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020